und hiermit herzlich willkommen zurück zu let's play octodad wir spielen den charmanten romantisch auch den octodad wir sind natürlich ein mensch und kein oktobus sonst wüssten wir doch alle wascheibe sind ein mensch und kein oktobus ich weiß nicht was ihr habt ich habe noch nicht mal einen kaffee und warum ist hier dreckiges geschirr bitte nicht reden solange ich nicht mehr kaffee habe ich brauche meinen morgen kaffee ich bin auch noch so müde nein nicht die von überall sind sachen rum fäulchen jetzt ist der klatsch der blubbe erwartet so wieder da rein ok aber erst mal schaue ich mich hier um aber bis zu 30 meter groß ich habe auch noch nicht mal mein kaffee nein ich glaube da ist keine mensch dann vielleicht hier unten das ist doch keine milch du schatz ich habe da auch noch was zu verbergen aber ich glaube das sage ich dir später ja das kommt doch niemals heiter an oh gott eingießen okay nach vorne hinter den rücken hat doch wunderbar funktioniert endlich dachte ich gehe niemals meinen kaffee das war ich aber nicht das war schon vorher oben glaube ich ich weiß es nicht genau wir bringen das jetzt erstmal alles hier schön fein säuberlich in dem müll damit sich auch keiner daran jetzt sehen der klempner muss wieder kommen oder besser gesagt der handarbeit weiß nicht ob der richtige beruf dafür ist der schlüsse dienstag dankeschön danke fräuchchen warte gott schätzen ich komme gleich mit raus ich du noch meine okay das ist selbst da reingegangen okay war schon so warte ich jetzt sind das muss auch noch in die spüle was steht da in der zeitung ich darf auch nichts lesen hier ich habe schon weiter da rein so so jetzt ist der tele wieder sauber schätzchen unsere vier hamburgers okay du kannst dir alle deine aufgaben ansehen in denen du das spiel mit der plus knopf auf pause stellt das war so hollena asme aus der schopo geht er dir gar ja ich werde bis die plan für die hohe family r 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 garten achtens berg schätzchen das krawatte okay aber ich glaube ich behalte die nummer 1 da ist auch noch was habe ich das jetzt nein nein ist auch noch eins jetzt habe ich den garten geht okay wohl den rasen mehr aus dem shop darum ist der kraft er sagt sich poste über die rutsche doch ich denn das da holen das ist toll kindchen ich habe ja probleme könnte mir mal jemand helfen ich mache das jetzt ganz professionell ich gehe jetzt einfach hier rüber und auch nicht ja 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 komm schon nein jetzt ruhig ruhig ja nein 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 ich gehe holz hacken das ist doch bestimmt besser so mache ich das auch jedes mal einfach nur gegen hauen dann geht es automatisch auseinander ich glaube schon ob du denn dann dabei schon schief gehen so habe ich wunderbar aber ich will die krawatte im im I was returning them to nature. Ich habe doch dich verraten. Wow, Mensch, ja, ich wollte noch nicht verraten. Ja, komm schon. Mom, das ist der Tisch später. Komm schon, komm schon. Also, ich habe wieder zurück. gibt dann schon mal so so nummer eins ist schon mal fertig wird das schön das funktioniert wunderbar wie seht ihr wie schön durch es geht von beiden seiten vor allem so schnell geschützt wird es ein kind doch ich mache das aber mal herr hoch wie gesagt kann schon als uns jetzt doch besser wir sollen diese karte kommen auch fast auch komme ich so mal nie jetzt so wunderbärchen ein mensch ist man denn sonst da hochkommen nicht vielleicht so die blöde kaputt ach ist mir jetzt auch hier aber kein 100 prozent dran leute habt ihr viele beller hier man kann ich die karte vielleicht damals unterwerfen aber nicht ich hätte es geschafft glaube ich also ich habe ich die aufnahme einfach posieren soll bis ich ich geht jetzt erstmal nein nein genau das nein ich möchte rasen hätten eigentlich jetzt schön hier in rasen mähen und ja nicht die blumen was macht bräuchchen ich freue mich auf uns oh gott wie kann er noch alle seine beine haben die steuerung die steuerung war fertig leute okay ich bin das war er kommt so kann so kann so kann so kann ich auch tutte it wachtte date kam schon 8.8 nee na na die paar stückchen ich hab doch schon Oh nein! Ich hoffe, dass es keine Ecke gibt.